Aber ich habe hier auch bei Bitcoin eine interessante Sache gesehen, Leute. Ihr wisst ja, ich habe ja diesen Ansatz gehabt, wo ich mir gesagt habe, ich gehe mal auf den Monatschart, wo wir uns hier das RSI angeguckt haben. Das RSI hat übrigens ein neues All-Time-Low gesetzt, Leute. Wir haben ein neues Allzeit-Tief gesetzt, was das RSI angeht. Der Relative Strength Index, ich ziehe das mal ein bisschen weiter hoch, jetzt schaut euch das mal an. Für die, die neu sind, das noch nicht wissen, wir haben ja hier 2013er Buran gehabt und 2015 den Tiefpunkt hier gesetzt. Und bei dem Tiefpunkt habe ich den schwarzen Balken hier einfach mal gezogen, diese Linie. 2017 hier, wo wir den All-Time-High gebildet haben, den Tiefpunkt hier gesetzt haben, sind wir ungefähr 10% mit dem RSI unter dem Low gegangen oder unter dem Tiefpunkt, den wir gebildet haben. Schaut euch das mal an. Wir sind ungefähr hier 10% runtergegangen. Von dem Tief, den wir hier gesetzt haben, zu diesem Tief, den wir hier 2015 gesetzt haben. Was habe ich dann gemacht gehabt? Ich habe dann folgendes gemacht. Ich habe dann gesagt, gut, wenn wir hier das neue Tief setzen und diesen Trend weiter fortsetzen, dass wir 10% noch mal runtergehen können, habe ich gesagt, gut, schauen wir uns das mal an und habe von dem Tiefpunkt von 2015 aus noch mal 10% nach unten gezogen. Und habe mir dann gedacht, schauen wir mal, kann es möglich sein, dass wir hier in diese Bereiche gehen? So. Ungefähr diese 10%. Bis jetzt scheint es tatsächlich in diese Richtung zu gehen, Leute. Gucken wir uns das mal an. Wie weit sind wir jetzt schon gefallen mit dem RSI? Mit dem RSI haben wir jetzt schon fast 7% hinter uns. 6,94. Also fast 7%. Es fehlen nur noch 3 weitere Prozent und dieses Schema erfüllt sich. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Es würde dann tatsächlich auch mit der Trendlinie passen, die man hier beim RSI gezogen hat. Dass wir den noch einmal anpinnen einmal und das Ganze sich dann reverselt. Beim Candle Momentum Oscillator braucht es noch ein bisschen was. Wie wir sehen können, sind wir hier jetzt ein kleines bisschen wieder nach oben gegangen. Beim Candle Momentum Oscillator war das anders. Wann immer wir den Bärenmarkt-Tiefpunkt gesetzt haben, haben wir die untere Linie angetestet. So wie 2015, sowohl 2018, wie wir sehen können. Hier beim 2022er Tief sind wir dort noch nicht hingekommen. Kommt das noch? Gucken wir mal. Das deutet auf jeden Fall eventuell auch darauf hin, dass da noch ein kleines bisschen Potenzial nach unten ist. Aber wie gesagt, auf solche Sachen wie hier beim RSI, dass wir nochmal diese 10% nochmal machen und auf die Sache, dass der Candle Momentum Oscillator dort nochmal die schwarze Linie berühren muss, auf sowas darf man nicht spekulieren. Das sind zwar Indikatoren, wo man drauf gucken kann, als Ergänzung, wo man dann sagen kann, okay, es deutet eventuell darauf hin, dass eine Möglichkeit besteht, dass wir nochmal weiter fallen könnten. Das ist aber keine Bestätigung oder keine 100%ige Anzeichen dafür, dass es so kommen muss, auf keinste Art und Weise. Das kann man sich als letztes Hoffnungsschimmer eventuell nochmal dazunehmen, wenn man schon eine Analyse getätigt hat, so wie wir es auch gemacht haben. Wenn man auf bestimmte Zahlen kommt, durch Prozente, durch Fibonaccis und sich dann sagt, okay, das sind gute Bereiche, was finden wir noch? Dann schauen wir auf dem RSI, dann schauen wir auf Moving Averages, dann schauen wir auf Moving Averages Crosses, dann gucken wir auf das Volumen, ob das auch passt, ob wir dort noch passend sind oder ob wir ein zu starkes Volumen haben bei kleinen Bewegungen. Das sind Anzeichen, worauf wir achten können, um zu analysieren, fällt das Ganze nochmal stärker oder nicht. Das Volumen ist wichtig, das müssen wir auch immer wieder betrachten. Und wenn wir uns das Volumen angucken im Monatschart, dann ist das noch gar nicht so signifikant, was hier passiert ist. Im Tagesschart sieht das Ganze anders aus, aber trotz dessen, dass wir diesen starken Einbruch sehen, haben wir jetzt noch keinen hohen Ausbruch. Allerdings ist es halt noch, wir sind gerade neun Tage in diesem Monat drin, diese Balken repräsentieren halt das Volumen eines ganzen Monats von 30 Tagen. Ist jetzt nicht unsignifikant eigentlich, wenn ich das aus dieser Perspektive gerade betrachte, denn wir haben schon mal die Hälfte des Volumens vom letzten Monat erreicht, in neun Tagen. Ist jetzt nicht klein. Im Tagesschart sieht das natürlich eindeutiger aus. Gehen wir nochmal beim Wochenchart. Beim Wochenchart sehen wir hier auf jeden Fall, dass wir in dieser Woche schon ein ziemlich großes Volumen sehen, obwohl die Woche gerade mal in der Mitte angekommen ist. Schaut euch das mal an. Wir haben jetzt in drei Tagen so ein hohes Volumen fast, negativ zwar, aber trotzdem so ein hohes Volumen wie in den sieben Tagen der letzten Woche. Gehen wir in den Tagesschart. Da sieht das schon ein bisschen eindeutiger aus, Leute. Schaut euch das mal an. Da sieht das schon ziemlich, ziemlich stark aus, dieser Move. Wann haben wir zum letzten Mal so ein hohes Volumen hier gesehen? Schaut euch das mal an. Das war hier bei diesem üblen Abverkauf vom ersten Ort der Mai, den wir hier gesetzt hatten und davor hier in diesem Abverkauf. Das war der erste starke Abverkauf in diesen Bullern. Schaut mal, da haben wir genau das gleiche Volumen gehabt wie jetzt. Und das sind auf jeden Fall signifikante Zeichen dafür, dass es eventuell nicht mehr so krass nach unten geht, wie viele das erwarten. Aber was heißt jetzt nicht mehr so krass? Krass ist auch immer so ein Wort. Das ist so ein jugendliches Straßenwort. Also das ist nicht auf einer extrem einschlagenden Art und Weise untergeht. Ich denke mal, diese Bereiche sind trotzdem möglich. zwischen der 12,8 und 14,7.000 halt. In jeder unserer Videobeschreibung unten findet ihr einen Link zu Bitwavo. Meldet euch an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 getradeten Euros sind über unseren Link gebührenfrei. nicht mehr so krass.